Für die Halt! Für die Allianz! Willkommen in Suldazar! Ihr steht vor König Rastakhan! Hallo! Willkommen bei meinem Kanal auf ein neues, kurzes Betons-Extra-Video. Und zwar geht es darum, dass wir hier wieder einmal an dieser Kriegskarte sind. Diese gibt es auch bei der Allianz. Wir sind jetzt hier auf der Borde und die steht hier unten am Tisch beim Hafen. Das sind Kriegskampagnen, Kriegsfronten-Quest, die wir jetzt neu haben. Die Schlacht und die Tromgard. Es wird im Anschluss dann auch noch weitere Streams geben. Es hat noch ein paar andere zur Zeit freigeschaltete. Ich habe gerade solche orange Frage-Ausrufe-Zeichen-Quests. Die dann einfach einzelne Videos, weil sie separat sind. Unter anderem haben wir hier noch einen Spaziergang auf dem Friedhof. Hier habe ich noch in der anderen Seite eine erkennt, die ich gehört habe, habe sogar abgegeben. Und zwar das Kalim-Tor in Silizius. Die sieht man im Moment auch nicht angezeigt. Aber dort ist vorhin eine gesehen. Okay, gehen wir dann noch einmal hier lösen. Jetzt gab es einen Moment, da geht es da oben her. Dann warten wir mal ab. Viel fehlt dir da nicht mehr am Tisch bei mir. Dann hätte ich das auch mal voll. Okay, los geht's. Jawohl. Willkommen. Schönen Abend. Ja, der Ladebalken. In letzter Zeit ist mir da schon ein paar Mal aufgefallen. Es geht immer ein bisschen länger, bis man mal nebenan gekommen ist. Es, Eisen und Holz sind Ressourcen, die zum Errichten eurer Basis und zum Rekrutieren, wenn Kunden benötigt werden. Okay. Ratti-Hochland sind ja da. Aha. Ja, der Stromgarten ist ein Ratti-Hochland. Ja, toll ist ja. Das ist ja hier in der Nähe, die ich schon mal gesehen habe. Und ich habe ganz so viele Eliten. Ich musste, also habe ich auch in der Nähe, wo Sachen geklappt haben, die witzig sind. Ich habe einen Gleitflirti. Ich habe einen Gleitflirti. Wir machen uns und trinken unsere Äxte im Blut unserer Feinde. Klingen Bereithalten. Lockt Auge! Ich bin aus der Reichweite. Meine Klingen werden euer Fleiß durchklingen. Ich muss näher ran. Ich muss näher ran. Meine Axt dürstet nach Fluch. Ein Sieg zum Geniessen. So. Die höchste Wahrscheinlichkeit ist das Loot. Meistens ist das Loot. Heimat des Hauses Trollmann. Verschwindet Grünhaut! Grünhaut? Jetzt habt ihr mich wütend gemacht. Wir benötigen Ressourcen um sie aufzuhalten. Zieht los und bringt mir Eisen und Holz. Also gut. Eisen und Holz. Das haben Sie vorher auch gesagt. Sie sind ja gelaufen. Hier hin gehen weniger durch. Eisen und Holz. Das ist zu weit entfernt. Das kann ich nicht angreifen. Das ist nicht wirklich. Ah, da funktionieren Flögel auch nicht, oder? Normal funktioniert das, wenn ich mich zurückkatapultiert werde. Die müssen wir mal probieren. Das ist nicht zügig. Holz. Holz kann man durchnehmen. Ich bin aus der Reichweite. Gut gemacht. Mit der Mine der Trockenstoppel unter Kontrolle wird es uns nie an Eisen fehlen. Das ist ja schon ein Umdruck. Okay. Der Axtkam gehört uns. Das dortige Sägewerk wird beim Aufbau unserer Basis helfen. Gut. Also. Da hinten sehe ich noch etwas. Die sind da vorne. Eisen. Wenn wir hier die Kürze durchschneiden. Was macht der hier oben ganz alleine? Ich meine, ich bin auch alleine, aber ich kann ein Ziel haben. Ich kann da oben. Der geht nicht an, weil ich gar keine ist. Das müssen wir zuerst einmal. Weis und Holz, wie sie es gesagt haben. Dafür gehen wir jetzt zu den anderen, die die Mine eroberten. Die haben gerade. Haben sie sie gerade erobert? Okay. Ich muss es sehen, sie haben sie gerade erobert. Die haben sich immer alle abgeschlaufen. Vielleicht müssen wir hier oben haben. Ja, da unten sehe ich nicht die Weste. Da unten sehe ich nicht die Weste. Jetzt gehen wir rein rein. Ihr erbärmlichen Maden habt kein Recht hier zu sein. Hier können wir die Weste rummachen, wenn wir hier... Soldaten des Bundes von Arathor, greift an! Horde zum Angriff! Verlichtet diese feigen Schlossbewohner, bevor sie unser Tor durchbrechen. Super. Dann haben wir die Weste auch gerade an. Mokra! Eisenlager heisst die. Gut. Eisenlager ab 9 Minuten. Die andere muss ich dann aufschreiben. Die andere muss ich noch einschreiben. Was ist da gekommen? Eben etwa eine Streepost. Und gleich so. Eisenlager. Vorwärts zum Sieg! Gut. Schwerer Reisenschlüssel. Das heisst... Schlachtfäder. Ne, das ist nicht das gewesen. Benutzt den schweren Einzelschlüssel, um das Eisenlager zu öffnen. Was ist da drin? Wo ist das Eisenlager? Ja, super. Schön, um das Eisenlager zu öffnen. Auf Eisenlager zugegriffen. Indomine werden die Banner der Horde um unsere Peons stellen die mit Eisensicher. Mit diesem Schlüssel kann sich die Tür geöffnet werden. Vergewissen Sie euch, dass er noch funktioniert. Jetzt gehen wir einfach mal schauen. Ah, ja, da hinten ist eigentlich immer ein bisschen. Das Arsenal ist fertig. Bringt die Schmieden zum Laufen. Das ist zu weit entfernt. Gut. 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 Da hinten bist du so. Gut. Ja, das Hypo. Ich glaube, das ist ein Zwei-Zwecks-Wack. Das Altar der Stürmer wurde fertiggestellt. Mamma mia Seid jetzt nicht drüber gestipizt Seid jetzt nicht drüber gestipizt Träume und Träume finden Hm... Das habe ich nicht einzeln für die Horde Das mache ich noch nicht Aber... Träume habe ich noch keine gefunden Da ist noch ein Wagen Erloren Gebrochen oder? Sie ist immer noch da Nein, das stimmt nicht Kontrolliert, dass sie noch funktioniert Gehen wir mal raus gehen Schauen wir mal raus Da drinnen hat es keine Ruhe Da drinnen hat es keine Ruhe Äh, dort drinnen hat es keine Ruhe Gut gekämpft Nachdem das Nordhofkreuz Eingenommen ist, können wir uns auf Größeres konzentrieren Das ist jetzt ein bisschen seltsam Eisenlager Zugegriffen Ist das ein Eisenlager? Mal schauen wir mal schauen Mal schauen wir mal schauen Eichenlager Ah, das ist hier Das ist in unserer Festung drinnen Jetzt kommt ein Dover Erweiser Maschine Dieses Ziel kann ich nicht angreifen Kaputt ist es Das ist hier Jetzt kommen wir mal die Truhe Oder wir gekämpft haben So ist es ein Klinz getroffen Ich bin jetzt auch wieder eine neue Quest Ah, da Beisteuern 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 Wunderbar Da müssen wir noch die Truhe Quest Beisteuern Super Super Oh ist das Ding riesig Hey Will sich das jemand zum Bus nehmen? Ah, geht nicht mehr So Nächste Quest Unser Haupthaus ist jetzt eine Hochburg Das war ja bereit zur Schlacht Bereit zur Schlacht Ab 15 Minuten 20 So Wir haben die Quest da Möge eure Klinge niemals stumpf sein Locktar Aha, aufwerten Seid sicher Der Hochstand gehört der Horde Raus damit Für die Horde Gut So läuft das Das ist eine Art Einfeierung Das wenn ihr Holz holt Ihr werdet bald genug um euer Leben winseln Mit den Schlachtschiff Was braucht ihr? Und wenn ihr den anderen etwas seht Jetzt sind ein paar losgesettelt Das ist eine Art wie ein kleines Computergame He Könnt ihr immer wieder Leute Rekrutieren Damit die etwas zu tun haben Damit genug für den Kampf bereitstehen He Jetzt haben wir hier noch einmal eine Quest Hier geht zum etwas anderes Das tut auch noch etwas anklicken He Jetzt gehe ich zuerst das tut auch noch etwas anklicken Das hat noch ein neues Das hat noch ein neues Das hat noch etwas zu tun Der Wegstart Gezeichnet ist So 44% ohne ganz He Jetzt gehen wir durch Ah, da begleitet mich einer He Cool Was braucht ihr? Wettrüsten Das ist cool Das gefällt mir hier Wettrüsten Ab 17 Minuten So Also Wettrüsten Sprecht mit Vendrik Und zu erfahren Was Für die Harde So Mit dem Reden Hier unten Der hat sie noch Ah Das ist gerade der der da ist Was Jetzt Weißt du euch? Wir haben eine Fürstet Die Lebenden Aber ich habe hier oben ein Quest abgeben Wie geht's? Die Macht des Altars Tars Okay Die Macht des Altars Ab 17 Minuten 45 Ja Die Macht Ab 17 Minuten 45 Ja Dann können wir Eisen einsammeln Jetzt kann man hier das Belügen Da hinten Der Tisch Kann man hier wieder beisteuern Zeichentisch Genau Die Leute sind am Sammeln Da kannst du hier immer wieder ein paar Zeugen nehmen Ja Das ist ein Ein anderes Teil wo man bauen kann Was gibt's Neues? Die Elemente hören den Ruf der Horde Wie es sich gehört Ja Da scheint Hier scheint Hier scheint Hier scheint Noch nicht ganz He Der siegt ja ganz Hier kann ich noch nichts machen He Hier kann ich noch nichts machen Hier hinten nur die kann beisteuern Sonst müssen wir hier wieder noch mal langsam heissen Ah ja Ja Nein Ich kann nichts beisteuern Obwohl Hier zeigt es meine Bissage Angröss Welle der Allianz Wow, das ist auch grösst Baut vor Wüster Und zeigt der Allianz Wie leicht Ihre Mauern Einstürzen Hat es noch nicht gewusst Was braucht ihr? Weg damit Herr Modona Weg damit Ab 20 Minuten Halt den Erfolg Holz Vorwärts Zum Sieg Ah, die Axt Kann man Bäume fällen Jetzt Das ist fast so jetzt Draenor Wo hast du selber Bäume fällen He Haben sie etwas mitgenommen? Jetzt kann man das Holz einsammeln Das ist gut Dann haben wir hier Die einen machen Schlacht Und die anderen Jetzt sind die Sammler In diesem Spiel Das ist mir wohl egal Das ist mir egal Ich will hier in diesem Spiel Wahrscheinlich etwas einsammeln He Krösst du heute ab Hier So, hör Jetzt haben wir die Holzfäller abbekommen Jetzt haben wir hier immer Holz sammeln Es ist nur noch eine Sache die wir sein lassen werden Wie sie es gesehen Hier Ich hoffe die Hunde haben Hunger Die Banner der Horde wehen über Neuhuf Und wir können Wolfsreiter ausbilden Das ist immer im gleichen Ort Das ist fix Hier sieht man wie viel man schon gesammelt hat Dann kann man das nicht abgeben Das ist eine coole Sache Jetzt kann ich wieder einmal hinter den Kopf gehen Mama Mia Eila Hier haben wir die nächste Quest Willkommen in der Werkstatt Willkommen in der Werkstatt Rapp 23 Minuten aufgesetzt Sprech mir an Bleibt gut drauf Spuckt es aus Schön, dass ich helfen konnte Ja Schön, dass ich helfen konnte Abgespartes Hammer mit ihm Ja Was wollt ihr? Gut Also Jetzt gehen wir da rauf Hier ist etwas drin Eisen Noch nicht genug Holz Jetzt haben wir noch mehr Hohlen Dass man die Festheit noch weiter ausbauen Und der Kampf soll da noch eins sein? Ah nein Das sind einfach die Soldaten die man uns gut schicken kann Da he? Ja, das sind die Soldaten die man in den Kampf schicken kann Die Städte wird nicht mehr Die Städte ist der 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 die der Unsere Hochburg ist jetzt eine Festung. Wir werden mal weiter. Da sind sie für... Das ist mit 80, oder? Das ist mit 80, oder? Ja! Ach! Ja! Warte! 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 Ich bin außer Reichweite. Das ist zu weit entfernt. Ich bin außer Reichweite. Ich bin außer Reichweite. Warte! Ich bin außer Reichweite. Ich bin außer Reichweite. Warte! Ich bin außer Reichweite. Ich bin außer Reichweite. Ich bin außer Reichweite. Ich bin außer Reichweite. Warte! Das war hier hinten. Somit kann man dann unsere Festung ausbauen. Was nützt, um auch schneller vorwärts zu kommen. Warte! Stärken, weil wir mehr ausschicken können und mehr schlaues Bauer können. Ein paar unserer Windreiser stecken in der Klemme. Sucht auf dem Schlachtfeld nach Überlebenden! Hier ist schon etwas verschwunden. Jetzt noch etwas. Ah, ein Schwein am Holzabst. So können wir das hier drinnen haben. Ein Schwein am Holzabst. Ein Schwein am Holzabst. Ein Schwein am Holzabst. Ein Schwein am Holzabst. Hier unten. Jetzt kommen wir gleicher Punkte. Eigentlich könnten wir hier oben gehen. Das geht auch so schnell. Eisen sollte man mehr finden. Das heisst, wir müssen wieder einmal zu den Minen runter. Ich habe es eben. 89. 50. Oder das Gesamte haben. Jeden zu beidragen, denke ich. Da hinten wollte ich weiter machen. Das ist schon richtig. Und das ist schon wieder vor. Darf ich euch meine Waren zeigen? Ah, das ist von mir. Was ich angefangen habe zu erzählen? Hey, ich kann da hinten anfangen zu läuern. Jetzt geht es so raus. Jetzt ist ein Team. Das ist super. Das geht vorwärts. Vorwärts zum Sieg. Da stehen alle am Warten für die Rieser. hat. So und jetzt sammeln wir mal die ganze Horte zusammen hier. Die Tore sind gefallen. Nehmt die Festung ein. Die Tore sind immer am gleichen Ort. Die sind hier. Die sind 87, 45. Ich muss näher ran. Das ist zu weit entfernt. Ich muss näher ran. Jetzt sind es 57. 132 Eisen. Ja. 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 Reichweite. Das kann ich nicht angreifen. Trant, bleibst du da? Scheiss, das ist ein Magier. Ein Magier muss in den Minen arbeiten. Das ist zu weit entfernt. Der hat nichts dabei. Ich habe so lange gebrochen lassen. Scheiss. Ich habe es gesehen. Nein, ist schon weg. 186. 22. Die Allianz ist uns nicht gewachsen. Für die Horde. Ein 345 Teil. Wow. Nicht schlecht. Perspekt. Cool, haben wir das geschafft. Wunderbar. Jetzt schauen wir mal an, was es gegeben hat. Das 345 Teil. Einhändig. Einmal eine bessere Waffe. Welche ist das? 380. 3.05. Also muss es mit der wechseln. Oh ja, ein cooles Teil. Sieht lässig aus. Wie ein Riesen... Wie ein Batman. Wie ein Riesen-Achsteil mit dem Horde-Zeichnermittel. Das sieht cool aus, man sagt. Das ist eine coole Waffe. Lassig, lässig. Wir haben die Quest ab. Raus damit. Und hier gibt es noch... Oh. Ich bin gespannt, was dabei herauskommt. Und hier nochmal Artefarbe macht. Kraft. Oh ja. Nicht schlecht. Rücken. Ich kann entzücken. Von 281 auf 370. Ja, ist das 3.06 habe ich jetzt Gegenstandsstufen. Da geht ja mal etwas vor, was langsam tut. Äh, wo ist das? Dann muss ich... Das J. 3.06. Dann haben wir einen verdorben. Gegenstandsstufen nachgetragen. So, hä? Nicht schlecht. Coole Sache. Ausser das Rückenteil sieht. Hat zwar viel mehr an Schaden. Ich habe auch eine neue Vorlage bekommen. Aber ich sehe, das ist wirklich schön aus. Ein bisschen ödfarbig. Ja, ich habe auch, hä? Ja, das ist es dann gesehen, hä? Das ist, äh, das Video damit beendet. Das ist die Aufgabe für das. Dann gibt es jetzt gerade noch einen Stream von einem, äh, äh, Video wieder, hä? Ja, damit wir es einzeln haben, dann muss ich das nicht so... Muss man das sowieso suchen, hä? Ja, super, hä? Also, danke vielmal, hä? Und jetzt wisst ihr auch, wieso da läuft mit den verschiedenen Quests, hä? Da seht ihr mal rein, ob es machen wollen oder nicht. Aber, äh, es lohnt sich, hä? Es gibt gute Gegenstände, wenn man das macht. Prima, danke vielmal. Und bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video.